Bitte, 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 bitte helft mir, ich weiß nicht, wie ich das hier ändern kann, Mr. Poison, aka Fucker Lifestyle, ich würde das so gerne ändern, hier, diesen Spruch. Auf you only have one chance to kill me, hier das ändern, aber ich weiß nicht, wie, bitte, bitte, bitte macht dies, für mich. Wenn ihr das wisst, schreibt mir einfach in die Kommentare, bitte, oder add mich bei Skype, ich heiß bei Skype, wie heiße ich hier, ja, Leon Bachner oder einfach Poison's. Danke, und da schaut ihr auch mal vorbei, bitte, bei dem Motion Editing Team, hier bin ich auch dabei, abonniert die mal, die sind auch recht geil, also, ja, bis zum nächsten Mal, euer Poison's.